So Leute, wie ihr versprochen habt, wie versprochen habe ich euch gesagt, dass ich ein YouTube Video mache, wenn ich einen Flexbus setze. Ich sitze jetzt auf dem Flexbus, bin jetzt auf dem Weg nach Hause, äh, a la digga, am Anfang war dies, das andere, ich habe meinen Bus verpasst und so, um 16.16, dann habe ich nicht gesehen, ich war da, ich habe überall nachgefragt, ich habe keinen gesehen, ja und jetzt fahre ich mit einem anderen nach Frankfurt. Das ist perfekt, der hat mich einfach so mitgenommen, korrekter Busfahrer, schon mal Grüße raus an den Busfahrer und Grüße an Steven Harkner schon mal raus, korrekt, digga, es war sehr schöne Zeit mit dir, ich hoffe, es wird nochmal so eine Zeit, ich hoffe, du kommst dann nochmal zu mir, alter Leute, guck mal, da, Palmen, einfach geile Palmen, da, guck, sieht so geil aus, sieht richtig gut aus, tschau. Ich hoffe, ich hoffe, ihr gefällt meine Videos, äh, und wir sehen uns auf jeden Fall in Frankfurt, wenn ich in Frankfurt bin, mache ich noch ein Video, wenn ich angekommen bin, auf jeden Fall, wir sehen uns das nächste Mal in Frankfurt, bis dann, tschau. Wir sehen uns jetzt wieder, ich verstehe die Mik á, die Europäische Kirche. Wir sehen uns das nächste Mal in Frankfurt. DBS kürzen sie sich wieder heraus und wir sehen uns das eine Vorезж pills, bis dann stattfindlich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020